Wie kann sich Investitionen in Data Science im Unternehmen auszahlen? Ziele des Programms sind erstens ein grundlegendes und übergreifendes Verständnis datenbezogener Prozesse für die Entscheidungsfindung auf Management-Ebene aufzubauen. Zweitens relevante Fachbegriffe, Konzepte und Methoden kennen, bewerten und in der Kommunikation mit Fachexperten und Data Scientists richtig einsetzen zu können. Drittens die einzelnen Schritte der Datenanalyse kennen und anwenden zu können. Viertens ergebnisorientierte Business-Experimente zu designen und durchführen zu können. Fünftens die richtigen Verfahren und Modelle auswählen zu können, um zu erwartende Ergebnisse vorherzusagen und die Performance zu evaluieren. Sechstens kritisch und kompetent Daten analysieren und die daraus gewonnenen Ergebnisse interpretieren zu können. Das ist das plus wunderschutzstückstückstehen. Das ist das Wunderschutzstückstehen. Das ist die Frage, die Dachseいただいて, die Dachse des Designs zu verrateuen. Die Dachse des Designs für ein anderes, die sich in den Dachse des Bildungssystems vertreten und nachdem Naturschsten, Bis zum nächsten Mal.